Norddeutscher Rundfunk 2021 Kim? Kim? Guten Abend. Komm mal her! Komm her! Was denn? Komm mal her! Setz dich da hin! Ja! Wir haben jetzt den Zehnten. Seit zehn Tagen lebst du wieder auf meine Kosten. Seit zehn Tagen! Wie die Mahle im Speck! Sag mal, du glaubst du, du kannst dich ausnehmen, was? Au! Sag mal! Das sag ich dir! Das sag ich dir! Das hab ich mir geschworen, nachdem deine Mutter abgehauen ist! Ich lass mich von keiner Frau mehr ausnehmen! Von keiner Frau mehr! Verstehst du? Von keiner! Das Geld, das ich mir erschufte, das bleibt auch bei mir! In einer Woche will ich die Miete sehen, sonst fliegst du raus! Verstanden! Und wann hau ich dir in die Fresse? Ich hau dir in die Fresse! Verstanden! Ja! Verstanden! Das ist mal Abmarsch! In der Küche steht ein Haufen dreckiges Geschirr! Kim! Hörst du mich? Dennis! Scheiße! Was ist denn da für ein Fenner? Scheiße, Dennis! Hey Kim! Also, ich weiß, du machst echt ne zickige Phase durch, aber glaub mir Süße! Tief in dir drin! Da stehst du auf mich! Du findest mich super! Kim! Du bist die geilste Freude! Ich mag dich wie du bist! Ey! Dennis! Du bist das! Das ist das, was mir gefällt! Yeah! Hello! 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 Hey! Ich weiß es! Ich weiß es doch! Glaub ich mir! Ey! Alter! Wenn du dich nicht sofort verpissst, dann komm ich raus! Ja, komm raus! Ja, komm raus! Ey, ganz ehrlich, Mann! Da bist du ja! Du bist so peinlich! Das ist romantisch, romantisch, romantisch! Du bist die geilste Frau der Welt! Mann, du bist so ein Idiot, echt! Du bist die geilste Frau der Welt! Peinlich! Jetzt halt mal das Maul! Hey! Küss mich mal lieber! Und? Wie war ich? Idiot! Das tut ja weh! Mann, Kimi, pass auf! Hä? Mann, meine Spider-Man-Figuren! Entschuldigung! Ich wusste ja nicht, dass du noch mit Lego spielst! Pass, Lego! Spider-Man! Mann, die sind was ganz besonderes! Hier, schau mal! Peter liebt Mary Jane! Und obwohl er sich ständig mit Verbrechern abgibt und Mary Jane mit Verbrechern überhaupt nichts anfangen kann, überwinden sie alle Hindernisse! Und leben glücklich bis ans Ende ihrer Tage! Nee! Peter baut Scheiße und Mary Jane geht fast drauf dabei! Verstehste? Dabei hätte er bloß mit ihr reden müssen! Kim! Du musst es ihm sagen! Jetzt! Ähm, Dennis! Ja, Süße? Hey, Dennis! Komm mal rein, Caro! Ich wollte mal fragen, ob du mit zum ökumenischen Picknick... Oh! Komm rein! Ja, du störst mich! Wir haben nichts zu verbergen! Kim und ich fahren zu Ole. In der Wagenburg gibt's ne Party! Äh... Komm noch mit! Nee! Oder? Nee, nee, du danke! Nee? Ole ist okay, aber die anderen... Vielleicht findest du ja jemanden zum Beten! Egal! Also, wenn ihr es euch noch anders überlegt, weiß schon, wir sind dann auf der Wiese im Kurpark, ja? Äh, Dennis! Was denn los ist hier? Willst du nochmal oder wollen wir zu den Christen oder? Nein! Ich... Scheiße, Mann! Ich schaff's einfach nicht! Ich hab voll Bock auf'm Bier! Hey, Alter! Hast du's auch geschafft! Hey, Ole! Ha! Alles fit? Ja, ja! Alter! Äh, lauter Zecken, ey! Du! Kim! Das ist Ole! Und er hier? Das ist mein bester Freund! Bäh! Ja, dein einziger! Dein einziger! Die gepierste Oberzecke! Alter, Kim, was machst du hier? Ich geh mal ne Runde Bier holen! Bis gleich! Oh nee, Dennis! Nicht gehen! Du mal am Pilz mit! Das ist deine Badewanne bei den Jungs! Lass mich doch jetzt nicht mit der Zecke alleine! So! Kim! Erzähl mal, was machst du so? Kfz-Mechatronikerin! Du schraubst! Respekt! Wo denn? In der Werkstatt vom Langer! Vom Langer? Vom Nazi-Langer! Krass, hast du nix anderes gefunden? Nö, mir gefällt's! Kann ja nicht jeder so ne Zecke sein wie du! Sag mal, bist du rechts oder was? Problem! Alter, weiß Dennis, dass er mit ner Nazi-Schlampe zusammen ist? Ja, und er steht drauf! Sollst du dich mal bitte verpissen? Ey, schau dir gleich eins aufs Maul, du Spaß! Ey, stopp mal! Was ist denn hier los? Ey, weißt du, mit wem du da zusammen bist? Weißt du, wen du hier anschlupst? Ich schau dich gleich aufs Maul! Ich komm nicht, Ron! Ich glaube, du spinnst! Ey, nimm deine Freundin und hau ab hier, okay? Das Scheißbier kannst du behalten! Ich sauf nicht mit Nazis! Boah, manchmal geht der mir so auf den Sack! Du! Jeder, der mal irgendwie an nem CDU-Plakat vorbeigelaufen ist, ohne drauf zu spucken, ist bei dem gleich rechts! Nur weil er kein Sex hat und diese ganze Politik gelaber! Dennis, jetzt hör mir doch mal zu! Das ist einfach ne scheiß Mischung! Dennis, jetzt hör mir doch mal zu! Ja, was? Die Typen, die dich verprügelt haben! Ja, was? Kennst du die, oder? Na, ich war sozusagen dabei! Was heißt denn sozusagen? Ja, ich gehör zu denen! Das sind meine Freunde!